Jau, hi Leute, willkommen zurück zu einer neuen Minecraft Session. Ja, diese Session wird ebenfalls sehr kurz sein, ein oder zwei Parts. Na gut, ja, zwei Parts und zuerst keine Session. Nein, gut, okay. Aber auf jeden Fall mal was anderes, eine kurze Info. Ich habe ein neues Texture Pack, das John Smith Texture Pack. Ja, dieses normale Texture Pack hat mir nicht mehr gefallen und dann habe ich mir das geholt. Yay. Also am Anfang von Minecraft hatten wir ja dieses Mises Texture Pack, dann das normale. Und jetzt haben wir das John Smith Texture Pack. So Leute, kurze Info, was in der letzten Minecraft Session geschah. Wir haben uns die ganze Zeit so ein Grundstück gesucht, was wir hier gefunden haben. Und dann haben wir gesagt, in der nächsten Session werden wir die ganzen Bäume hier auf dem Feld fehlen und es ein bisschen gerade machen. Und das würde ich in der kurzen Session machen gern. Und dann, dann Leute, wird endlich das neue Haus gebaut. Ja, darauf freue ich mich schon. Ich habe zwar immer total coole Vorstellungen, wie das Haus aussehen könnte und so, aber habe meistens Probleme, das in die Realität umzusetzen, da ich mir nicht so gut mit Minecraft ausgehen. Aber, ach, irgendwie werden wir das schon schaffen, Leute. So, äh, ist so noch ein Holzseil? Ich glaube nicht. Egal, sehen wir dann später, ob der Baum verschwindet oder nicht. Oh, Sapling, yay. Oh, die Sapling sehen aus wie kleine Bäume. Cool. Na ja. Ah, das sieht, das sieht jetzt irgendwie so aus wie diese Schneebäume, die wir da hinten irgendwo gesehen haben. Genau, diese Schneebäume. Aber das sind normale Bäume, müssen sie eigentlich sein. Na ja, egal. Also, ich habe noch nie mit dem John Smith Texture Pack gespielt. Also, zumindest noch nicht so wirklich reingeschaut, habe ich schon mal kurz. Ja, ich freue mich schon, beziehungsweise frage mich schon, wie das alles aussehen wird. Aber bis jetzt finde ich, das ist ein Hammer. Vor allem, gebt euch mal mein Diamantschwert, man. Uh, puh, mein schönes Diamantschwert. Ey, nee, Sonnenuntergang. Okay. Ja, gehen wir lieber schlafen. Ich habe nämlich beschlossen, weniger zu fehlen in Minecraft. Okay. Also, ob die Fels absichtlich wären. Aber ich werde zumindest versuchen, vorsichtiger zu spielen. So. Sag mal. Wo war unser zuhause? Äh, da hinten, oder? Äh, ja, ich glaube da hinten. So. Ich hoffe mal da hinten. Verdammt. Ja, der Sand sieht richtig geil aus, Mann. Oh, ja. Und das Wasser funkelt. Yay. Ah, da unten ist, äh, da hinten ist unser Haus. Gott, wie sieht der Mond aus? Der Mond sieht cool aus. Yay. Sag mal. Wie ist ja was, Leute? Wir machen uns gleich mal ein Feuerzeug und fackeln das Teilt ab. Oh, hallo, Zombies. Äh. Oder sollte ich eher sagen, hallo, Frankenstein? Au. Na gut, okay. Rotten Flash. So sieht das. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. So. So. Oh, sieht das verrottet und gammelig aus. Hilfe. Aber dieses Holz sieht richtig cool aus. Ich glaube, unser Haus baum aus Holz. Äh, achso. Ne, da unten gehen wir nicht schlafen. Sag mal. Bild ich mal das gerade ein, oder? Ah, Glas. Cool. Na gut, obwohl. Na gut, okay. Habe ich mal das gerade eingebildet, oder machen die Türen andere Geräusche? Hm. Naja, okay. Werden wir dann irgendwann noch sehen. Leute, ich weiß noch immer nicht, was sich das erbringt, wenn man das so hält. Was bringt sich das? Man kann keine Sachen abwähren. Schreibt mir das mal, falls das irgendwer weiß. Und, ja. Ja, ist klar. Lol. Coole neue Geräusche. Ähm. Ähm. Ender Pearls. Saplings. Was. Ähm. Strings. Da, 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 da. Da, da, da. Äh, das lassen wir mal da. So, äh, Feuerzeug. Flint and Steel. Ähm. Okay. Neues Texture Pack. Null Ahnung. Ah, da ist ein Flint. Ein Feuerstein. Cool. Und ein Stück Eisen. Oh, cool. Unsere Bricks sind fertig. So. Dann lassen wir jetzt die neuen Bricks. Oh mein Gott, das Redstone sieht nicht mehr eklig aus. Yay. So, da. Und da. Ja, beleuchtet uns auch gleich ein bisschen die Bude so nebenbei. Äh, Eisen, Eisen, wo bist du? Ja. Oh, wir müssen etwas sparsamer sein. Wir haben fast kein Eisen mehr. Das heißt demnächst, nach dem Hausbau selbstverständlich, nicht jetzt mittendrin schon wieder, um abzulenken, werden wir uns wieder mal in eine Mine stürzen. Hm, was zu messen sollten wir uns auch langsam holen. Oh, hallo. Cool, wie bist du darauf gekommen? Ich hoffe, das war nur ein einmaliger Fail. Hoffe ich, hoffe ich. Komm, komm, komm. Komm mal. Hier? Ja, okay, cool. Äh, ja, Essen, 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 Essen. Sag mal, bringt sich das was, wenn wir das essen? Kann man das überbraten? Nein, das kann man nicht braten, das weiß ich. Äh, ja, okay, dann es war vier Stück von dem. Vielleicht bringt sich's ja. Und heilen wir uns, heilen wir uns? Ja, wir heilen uns. Dann nehmen wir uns gleich ein bisschen mehr davon mit. So. Okay, alright. Wow. Sag mal, Hund, du bist jetzt nicht ernsthaft... Du bist... Rock geht, du bist jetzt nicht ernsthaft runtergesprungen, oder? Ach, kannst du wieder nicht Deutsch reden. Aha, ja, ja, dieser Baum. Könnt ihr euch an den Arena, Leute? Das war der allererste Baum, Mann. Den wir nie wegbekommen haben. Und jetzt zündet ihr ihn an. Oh, episch. Yay. Da. Hm. Komm nicht hoch. Da. Auf nimmerwiedersehen. Der da hinten ziehen wir auch gleich an. Cool. Noch mehr Fleisch. Yay. So. Äh, ja. Wisst ihr was, Leute? Hon war die Hälfte vom Baum mal weg. Vielleicht wächst ja da doch eines Tages mal irgendwann was. Wenn jetzt die Sonne drauf scheinen kann. So. Ah, das können wir auch gleich verbrutzeln. Das wäre wieder ein Feld gewesen, wenn ich mich beim Anzünden selber troffen hätte. Oh Gott. Okay, ich verschreiß lieber nicht. Äh, das Universum wäre es nicht gut mit mir. Da oben war unser Berg, ne? Oh, hallo Creeper. Lol, die Creeper sehen lustig aus. Nein, du sprengst nicht uns an Luft, äh, uns an Hundig viel Luft. Bitte, bitte. Na ja, so können wir uns auch langsam auffüllen. Wir werden zwar immer wieder vergiftet, aber solange es uns heilt, Wayne. War das unser Berg? Ich glaube schon, oder? Äh, ja. Und da geht nichts weg, übrigens. Das heißt, du musst auch dran glauben. So. Na, dann fangen wir einfach da in der Ecke an und hacken wir das ein bisschen weg. So. Oh Mann. In was für einer Welt bin ich gelandet mit lauter solchen XXL-Bäumen, Mann. Oh Mann. Ah, geht sich wenigstens bis nach oben aus. Oh Mann. Äh, ah. Cool, das sind zusammengewachsene Bäume. Stylish, yay. Wie siehst du aus? Hey, komm, schauen wir mal in die Augen. Die Augen. Hey. Hey, sieht der cool aus. Ja, Entschuldigung. Die. Ich glaube, das war's auch. Die müssen sich jetzt auflösen, eigentlich. Hoch, unsere Axis ist fast schon wieder kaputt. Na ja, fast ist untertrieben. Äh, übertrieben. So. Wie viele Bäume. Na ja. Ich glaube, dann bauen wir uns auch unser Haus auch gleich wieder aus Holz. Ja. Würde ich wohl sagen. Halt, so eine Mischung aus Stein und Holz. Habe ich mir da vorgestellt. Wie gesagt, ich kann mir das vorstellen, aber schwer umsetzen. Äh, am Ende sieht es noch so aus wie unser Tortenheers. Äh, häuschen da rechts. Hoffentlich nichts. Jetzt hätte ich gedacht, unser Hund wäre Kohle. Ups. Komm, setz ich jetzt mal hin. So. So.